Köln 50667, die Stimmung bei Kiki kippt. Kiki freut sich bei Köln 50667 über die Überraschungsgeburtstagsparty. Die Stella für sie organisiert hat, doch die Stimmung kippt, weil die Freunde ihre Schwester ihr wenig Aufmerksamkeit schenken. Es kommt zu einem klärenden Gespräch mit Stella. Stella überrascht ihre Schwester Kiki mit einer Geburtstagsparty. Kiki ist überwältigt, doch auch eifersüchtig, da die Aufmerksamkeit von Stellas Freunden eher Stella und weniger ihr gilt. Kiki fühlt sich verunsichert und zieht sich zurück. Stella sucht ein klärendes Gespräch, in dem Kiki klar macht, dass sie sich noch nicht ganz wohl fühle. Das alles hier sei doch eher Stellas Leben und nicht ihres. Sie werde mit Stellas Freunden nicht warn. Stella sucht das Gespräch. Stella redet Kiki gut zu und bemüht sich, sie noch stärker einzubinden. Bei einem gemeinsamen spaßigen Fotoshooting posiert sie mit Kiki und holt sie auch zu sich und Diego mit aufs Bild. Kiki kann endlich lachen. Vor Diego zeigt Stella sich zuversichtlich. Dass Kiki langsam integriert ist und sie nun eine Art Familie werden, nicht zernend. Dass Kiki ein wenig über das Ziel hinaus schießt. Wie es weiter geht, zeigt RTL 2 heute um 18 Uhr bei Köln 50667. Menüs zu Köln 50667 und den Darstellern gibt es hier bei Guxi. Musik Kik